Ja, herzlichen Dank für die letzten zahlreichen Kommentare auf all meinen Kanälen. Wenn ihr das weiter supporten wollt, würde ich mich über ein Abo freuen und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Video. Wir haben heute einen neuen Fall mitgebracht. Ein Patient, der sich auswirkt, hat operieren lassen, im linken Bein weiterhin Schmerzen. Die Patienten in der Testphase haben jetzt die Negativphase durchlaufen. Und der aktuelle Fall ist jetzt, dass er die Vollimplantation bekommt. Und auch da seid ihr natürlich wieder mit dabei. Vielen Dank! Genau! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab mal den Ziehbogen wie der Kopf ist. Vielen Dank.